1.920 Abonnenten! Yay! Nur noch 100 Abonnenten und wir haben das Jahresziel bereits erreicht. Wir haben noch fast vier Monate Zeit. Ich denke mal, das könnten wir unter Umständen schaffen. 2.020 Abonnenten im Jahr 2020. Ich danke euch auf jeden Fall. Danke fürs Abonnieren. Okay, Spaß beiseite. Ich bin in DonFZO04, wobei so viel Spaß war da auch nicht drin. Ich meine das schon ein bisschen ernst. Danke fürs Abonnieren, Leute. Und für die ganze Treue, die ganzen Jahre, die ihr mich abonniert habt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lieb von euch. Und das motiviert mich auch. Gut, wir kommen zu ein paar Themen. Ich habe diesmal ein paar Zeitstempel unten reingemacht. Also könnt ihr euch die Themen raussuchen, die euch interessieren. Habe ich schon mal gemacht bei einem Newsvideo. Und mache ich auch dieses Mal wieder, weil nicht alles für jeden interessant sein könnte. So, als allererstes Community-Event nicht vergessen. Ihr habt jetzt nur noch eine Woche Zeit. Also am 18. ist Abgabetermin. Also habt ihr jetzt noch sieben Tage Zeit. Sieben Tage sind schneller rum, als ihr denkt. Ihr werdet das sehen. Also haltet euch ran. Ich brauche noch ein paar Projekte. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar kommen. Und wenn nicht, ja, auch nicht schlimm. Ich kann damit leben. Aber ihr könnt was gewinnen. Das dürft ihr an der Stelle nicht vergessen. Ihr könnt was gewinnen. Es gibt vier Preise. Vier. Nicht vergessen. Vier Stück. Guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Dann solltet ihr euch besonders ranhalten. Vor allem dieses Wochenende jetzt. Und ich denke mal, ihr schafft das, was Cooles zu machen. Mindest, ähm, Laufzeit des Spiels soll 15 Minuten sein. Ich denke mal, das ist machbar auch noch in einer Woche, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Gut, wie gesagt, es gibt vier Preise zu gewinnen. Ähm, drei werden per Zufall ausgelost und ein Preis wird dann, ähm, so vergeben an das Projekt, was Speedy am besten findet. Aber das, die ganze Erklärung ist ja hier in dem Video zu finden. So, Community-Event, ähm, für Abonnenten, also für hier Subscriber, ist das hier oben angepinnt. Und alle anderen finden das hier bei Videos hier an dieser Stelle. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema wäre, ähm, der morgige Tag. Ich habe jetzt eigentlich immer samstags gestreamt. Eigentlich fast immer. Es gibt immer Ausnahmefälle und dieses Mal ist es wieder so ein Ausnahmefall. Ich werde nicht streamen. Das fällt mal wieder aus. Dafür streame ich dann Sonntag, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich werde morgen dafür das nächste Anfänger-Tutorial für den RPG Maker MZ hochladen. Wenn ich ganz, ganz gut bin, schaffe ich sogar zwei aufzunehmen. Dann könnte ich morgen eins hochladen. Und vielleicht dann noch am Montag eins hochladen. Wenn ich ganz gut bin, schaffe ich das. Ich habe es jetzt unter der Woche tatsächlich nicht geschafft. Ähm, ich habe jetzt nur das Skip-Title-Screen-Plugin vor fünf Tagen geschafft. Aber mehr habe ich da halt einfach nicht geschafft. Also, das ist schon, also jetzt die letzten fünf Tage habe ich auf gut Deutsch nichts geschafft. Ist aber nicht schlimm. Ich habe andere Sachen vorbereitet. Und dazu kommen wir später. Es geht nämlich auch wieder um Tutorials. Aber dazu kommen wir alles später. Gut. Also, morgen kein Stream, dafür ein Tutorial. Okay. Gut. Freut euch also morgen auf ein Tutorial. Und ihr könnt da gerne mal reingucken, auch wenn ihr schon denkt, alles zu wissen über den RPG Maker. Dann kommt RPG Maker MZ-Tutorial Nummer sieben. Yay. Also, mein siebtes Anfänger-Tutorial. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, mein nächstes Thema wäre dann der Sonntag. Da werde ich Smash streamen. Wir haben hier ja ein bisschen Smash gespielt. Ähm, hier, zum Beispiel hier Smash-Training vor drei Monaten. Ähm, fünf Stunden am Stück. Wahnsinn. Verrückt. Verrückt, Leute. Verrückt. Okay. Ähm, fünf Stunden Smash-Training am Stück. Das war krass. Ähm, so lange wird es wahrscheinlich diesen Sonntag nicht. Aber am Sonntag, den 13. September, werden wir etwas Smash spielen auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, Malkuls wird auf jeden Fall dabei sein, hat er gesagt. Also, ich hoffe, dass er es auch schafft. Kann auch immer was dazwischen kommen. Ähm, und er wurde ja Zweiter im Turnier. Und wenn, wenn Smash-Fire auch Zeit hat, ich habe ihm das auf jeden Fall gesagt gehabt, und er war Erster im Turnier, dann wird er vielleicht auch dabei sein beim Smash-Training. Und das wäre eigentlich ziemlich cool. Und, mal schauen, wer noch alles dabei ist. Ich werde das Ganze dann live streamen am Sonntag. Ab, ich denke mal, circa 15 Uhr. Plus, minus, also wenn ich dann mal eine Viertelstunde eher anfange, oder eine halbe Stunde später, ähm, hängt mich jetzt nicht auf. Aber so gegen 15 Uhr. Also, wenn ihr 15 Uhr auf meinen Kanal rein zappt, dann wird es nicht mehr so lange dauern, bis der Stream startet. Oder vielleicht ist er bereits gestartet. Werdet ihr ja dann sehen. Ähm, also gegen 15 Uhr am Sonntag spiele ich ein bisschen Smash. Könnt ihr mich anfeuern. Und, ähm, einfach mal so ein bisschen reinschauen und ein bisschen mit mir chatten. Ich werde ja auch nicht die ganze Zeit spielen. Vielleicht spielen wir andere. Dann könnt ihr einfach ein bisschen im Chat mit mir, ähm, euch unterhalten über andere Themen. Ist ja auch kein Problem. So. Dann, genau, zum nächsten, äh, Punkt, der auch mit Smash zu tun hat. Ähm, hier am 13. Werden wir, wie gesagt, Smash spielen. Ähm, 19. Und 20. Ist ja dann das Community Event. Was ich angekündigt hatte. Und, ähm, 27. Würde ich dann auch nochmal ein Smash Training einlegen mit euch. Und dann würde ich sagen, im Oktober ist dann, ähm, 17. und 18. 17. wahrscheinlich das Smash Turnier. 17. und 18. Aber, ich werde auf jeden Fall nochmal rechtzeitig Bescheid sagen. Keine Ahnung. Ich werde vielleicht hier am 3. und 4. Vielleicht dann die Anmeldung freigeben. Und dann habt ihr auf jeden Fall noch genug Zeit, euch anzumelden. Also, haltet euch auf jeden Fall bereit, wenn ich am 3. und 4. Irgendwo da in der Zeit, ähm, ein Smash Video hochlade. Oder vielleicht auch die Woche davor ein Smash Video hochlade. Und, ähm, dann bestätige, dass es dann am 17. und 18. ist. Dann könnt ihr, ähm, euch anmelden für das Turnier. Und, dann könnt ihr mitmachen. Es gibt wieder Preise. Aber dazu kommen wir dann später. Wenn ich dann den Termin 100% verifiziert habe. Ich muss das nochmal mit ein paar anderen Leuten abquatschen. Aber, ich würde den 17. und 18. Oktober anpeilen. Für das Smash Turnier. Gut. Haben wir das Smash Turnier auch abgehakt. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, es gibt einige Themen zu besprechen. Und, ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Hoffe ich wirklich. Hoffe ich. Ähm, ganz einfach. Wir werden, beziehungsweise ich werde. Und, jetzt haltet euch fest. Ich habe die Woche vorbereitet. Ähm, die ganze Woche. Und ich werde es vielleicht auch nochmal eine Woche komplett vorbereiten. Alles. Vielleicht auch noch eine zweite Woche komplett vorbereiten. Ähm, ja, ich denke mal nächste Woche werde ich mich auf das Community-Turnier. Ach, Community-Event, Entschuldigung. Community-Event konzentrieren. Da werde ich es noch nicht machen. Dann vielleicht eine Woche drauf. Am 26. und 27. Oder am 27. Kommt es dann vielleicht das Tutorial. Also werde ich nochmal zwei Wochen Zeit haben zum Vorbereiten. Umso besser. Und da fängt es dann an. Meine nächste Tutorial-Reihe. Ähm, bis dahin werde ich die Anfänger-Reihe vom MZ auch relativ weit haben, denke ich mal. Oh, noch nicht abgeschlossen. Aber relativ weit. Und dann wollen wir ja mit den fortgeschritteneren Themen anfangen. Und hier habe ich schon was vorbereitet. Ähm, ich zeige jetzt noch nicht viel. Aber ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar JavaScript. Yay! Wir werden uns mit JavaScript auseinandersetzen und eigene Plugins schreiben. Ähm, dazu habe ich mal kurz was vorbereitet. Nur mal kurz zum, ähm, gucken. Hier geben sie ihren Namen ein. Don F. Zack. Willkommen Don F. Ähm, alles über JavaScript gelöst. Ganz simpel. Ähm, zwei Zeilen JavaScript. Ist natürlich nur, ähm, Quatsch. Und hat mit dem RPG-Maker am Ende nicht wirklich viel zu tun. Aber wir wollen ja auch auf jeden Fall lernen, was ist JavaScript, wie funktioniert das. Und das lernen wir anhand des RPG-Maker MZ. Kann natürlich auch am RPG-Maker MV nachvollzogen werden, was ich da mache. Und wir werden auf jeden Fall die Grundlagen lernen von JavaScript. Die könnt ihr dann überall anwenden, außerhalb des RPG-Makers. Aber wir werden möglichst versuchen, alles auf den RPG-Maker zu beziehen. Und auch viele Sachen, die wirklich Maker-spezifisch sind, also RPG-Maker-spezifisch sind, werden wir auf jeden Fall lernen. Also das heißt, unsere Ziele sind die Grundlagen von JavaScript lernen. Und mit diesen Grundlagen werden wir dann anfangen, uns, äh, den RPG-Maker MZ-Code zu erarbeiten. Also nicht komplett, aber soweit, wie wir es brauchen. Damit wir eigene Plugins schreiben können und Plugins von anderen auch modifizieren können, weil wir das mal brauchen. Ihr habt es bestimmt schon mal gehabt. Ihr habt ein Plugin runtergeladen für den RPG-Maker MV oder für den RPG-Maker MZ. Ähm, ist ja jeweils JavaScript. Ähm, und es war nicht ganz so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ihr habt euch das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt und genau das wollen wir lösen, das Problem, dass ihr dann in der Lage seid, euch das Plugin, was ihr runtergeladen habt, so anzupassen, dass es genau so ist, wie ihr das haben wollt. Ähm, und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, dass wir im Grunde Plugins selber schreiben und Plugins modifizieren können. Wie gesagt, und natürlich die ganzen Grundlagen von JavaScript. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen und ich werde das nochmal alles richtig ausarbeiten. Wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter. Ich will da auch nicht einfach drauf los machen. Ich könnte jetzt natürlich schon die ersten zehn Videos, keine Ahnung, ähm, einfach so drauf los, ähm, aufnehmen. Aber am Ende gefällt es mir dann vielleicht doch nicht. Dann habe ich es schon hochgeladen und alles. Ich, ähm, werde das nochmal alles durchgehen. Und ich hoffe mal, dass ich das hinbekomme. Wie gesagt, das würde dann am 27. September, denke ich mal, losgehen mit den JavaScript-Tutorials. Und dann werde ich in regelmäßigen Abständen eins, zwei Videos hochladen. Die werden auf jeden Fall kürzer als die, ähm, Z-Tutorials. Die haben Z-Tutorials. Die Anfänger-Tutorials sind ja teilweise richtig lang. Ähm, hier so 40 Minuten, 50 Minuten, 30 Minuten. Gut, es sind auch kürzere dabei. Hier 30 Minuten, ähm, hier nur 25 Minuten. Es sind auch kürzere dabei. Aber, im Großen und Ganzen sind die ja relativ lang. Die, ähm, allgemeinen RPG-Maker-Tutorials sind nur so um die 10 Minuten. Hier einmal 11 Minuten. Und bei dem anderen waren es, äh, wo haben wir es? Ich habe keine Ahnung. Da ist es hier um die 10 Minuten. Wie gesagt, ähm, die sind nur so um die 10 Minuten. Und ungefähr das werde ich dann auch mit dem JavaScript anpeilen. Vielleicht werden die auch mal kürzer oder mal länger. Ich mache sie immer genau so lang, wie sie werden. Und wir werden immer ein einziges kleines Thema, ein Baustein behandeln. Und dann springen wir von jedem Baustein zum nächsten, damit ihr nicht zu viele Sachen auf einmal lernen müsst. Das ist gerade bei einer Programmiersprache, denke ich mal, sehr kompliziert. Aber, wenn ihr euch ranhaltet und mit mir zusammen JavaScript lernt, dann könnt ihr das auf jeden Fall irgendwann. Also, egal, wie inkompetent ihr euch haltet, keiner ist zu schlecht dafür, glaubt mir. Das ist nicht so kompliziert. Ihr habt auch Lesen und Schreiben irgendwann mal gelernt, ähm, die deutsche Sprache. Und so könnt ihr auch eine Programmiersprache lernen. Es wird viel Zeit und viel Disziplin und viel Arbeit erfordern. Also, sowohl von mir, als auch von euch. Aber, wenn ihr dranbleibt, ihr könnt das wirklich lernen. Und dann könnt ihr das auch woanders anwenden. Also, es muss ja nicht unbedingt beim RPG Maker bleiben. Ihr könnt auch dann anhand von JavaScript auch andere Programmiersprachen lernen. Wenn ihr die eine könnt, fällt es euch auch nicht mehr so schwer, die nächste Programmiersprache zu lernen. Und so weiter und so fort. Und ihr könnt dann auch andere Anwendungen machen. Oder mit JavaScript kann man auch, ähm, Web-Anwendungen, etc. programmieren. Ähm, da ist sehr viel möglich, auf jeden Fall. Und es schadet nicht, das gelernt zu haben. Schadet auf jeden Fall nicht. Und selbst wenn ihr beim RPG Maker bleibt, gerade dann ist JavaScript vielleicht ideal, das mal zu lernen. Also, ich kann euch das wirklich empfehlen. Ähm, das kann ich euch wirklich empfehlen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr das dann mit mir zusammen macht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich JavaScript-Tutorials machen möchte. Ähm, ob ihr euch darauf freut oder nicht. Und ihr könnt euch, ähm, auch schon mal vorab anmelden für das Smash-Turnier. Falls ihr Zeit habt, wie gesagt, am 17. und 18. Wäre cool, beide Tage selbstverständlich. Und nicht nur an einem Tag. Ähm, könnt ihr euch, dann kann ich das schon mal ein bisschen besser einplanen. Oh, wäre cool, wenn ich das dann wüsste. Aber es kann sein, dass der Termin sich nochmal ändert. Es ist auf jeden Fall im Oktober. Gut. Das war's dann eigentlich soweit von mir. Wie gesagt, morgen kein Livestream. Tut mir leid, Leute. Aber das ist zu verschmerzen, denke ich mal. Dafür habe ich coole andere Ankündigungen gemacht. Und wird cool, denke ich mal. Wird mega cool. Wird mega cool. Und danke auf jeden Fall nochmal an alle meine treuen Abonnenten, dass ihr wirklich so treu seid. Und schon, manche sind da schon seit 10 Jahren abonniert. Kein Witz. Also, das ist wirklich heftig. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Wirklich. Das ist übelst der Wahnsinn. Das glaubt man einfach nicht. Es sind vielleicht jetzt nicht mehr die aktivsten Community-Mitglieder. Aber es ist trotzdem der Wahnsinn, dass es diese Menschen überhaupt gibt, die schon so lange da sind. Und das ist wirklich krass. Also, da fehlen mir einfach die Worte. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und das war's. Ich danke auf jeden Fall. Und Tschüssi. Und wenn noch Fragen sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Kein Problem. Was ist das ا Caitlin allocation. Es ist ja auch nur das Problem. Bitte 7rorez Euro.